Wieso will Dad nichts mit mir unternehmen? Was meinst du? Sie weiß, dass sie gut versorgt ist. Nur darum geht es, Tyler. Nur darum geht es? Das reicht nicht. Sie dürfen hier nicht rauchen. Wozu deine Aschenbecher? Das ist eine Obstschale. Sie stand einfach da, um mich zu reizen. Du bist seit zwei Wochen total abwesend. Diese introvertierte Scheiße reicht mir jetzt. Ich werde jetzt mal eingreifen. Er hat eine Tochter. Wer hat eine Tochter? Der Bulle, der dich verprügelt hat. Hol sie dir. Ich stehe nicht auf Soziologiestudenten. Du hast Glück, ich bin noch unentschlossen. In Bezug auf was? Auf alles. Was gibt es zur Nachspeise? Ich esse meine Nachspeise zuerst. Was ist das? Das ist unsere Vorspeise. Charles, ihr Sohn? Ich wollte fragen, ob wir mal essen gehen. Mich kann er versetzen, aber nicht dich. Du kümmerst dich um gar nichts, wie ein kleines Kind. Du bist völlig daneben, oder? Sie denken, sie kennen mich? Von wegen. Mein Dad hat keine Ahnung, was hier läuft. Was läuft denn hier? Irgendjemand versucht mir zu sagen, ich soll Momente finden, die im Gedächtnis bleiben. Daran arbeite ich noch. Dr. Himmel. Dr. Dr. .